wow herzlich willkommen zurück hier bei wolfenstein the new order wir sind in toten kopf seiner scheiß basis eingedrungen und jetzt werden wir der menschheit hoffentlich einen gefallen tun können und das ganze zu einem ende bringen schalldämpfer ist drauf wir versuchen erstmal schleichend vorzugehen aber ich glaube wenn schon die hunde bescheid wissen dann brauchen wir hier auch nicht mehr schleichen oder da war doch so ein scheiß pumpgun vorziehen den habe ich doch gesehen gehabt aber nicht mit mir wo noch so ein typi wow okay das war's Vorerst. Die Karte der Station. Oh Leute, ich bin so gespannt. Ich hoffe ihr auch, ey. Alles mitnehmen hier. Wie sieht das aus? Haben wir hier die Raketen nachgeladen? Nee, haben wir nicht. Seht ihr das? Das ist alles wichtig. Richtig viel Munition hier überall. Das kann nur ein scheiß Scherz jetzt gewesen sein. Aber wir wissen ja auch, was da hilft. Solange er da stehen bleibt, ist doch alles gut. Hat auf jeden Fall schon mal ein bisschen Panzerung verloren. Alter, Verwalter. Okay, Leute. Die nachfolgenden Sendungen verzögern sich. Ist der überhaupt kaputtbar? Ist der vielleicht schon tot? Ist der stehend K.O.? Jetzt ist er K.O. Wir sind befreit vom dreckigen Parasit. Müssen nicht länger seinen watschenden Gang ertragen. Und sein hässliches Gesicht. Werden sein primitives Gehirn und sein gewalttätiges Wesen nicht länger tolerieren. Für dich ist kein Platz auf dieser Welt. Für dich und deine Weltanschauung. Für dich ist kein Platz. Scheiße. Ich dachte schon, jetzt fängt das wieder an. Keine Zeit vergeuden. Ah, Kreise! Ah! 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 es ist nur noch der roboter hätte ich mal nicht gefragt alles cool leute alles gut ich habe ein neues zeitalter eingeläutet ein zeitalter der vernunft der reinheit der stärke sie folgen nur ihrer primitiven wut vergleichbar mit einem gorilla im dschungel der sich auf die brust trommelt nur weit weniger impulsant der alle labert war du kommst mit ja erstmal orientieren scheiße wir können echt froh sein dass wir dieses lkw so aufgewertet haben eine der geilsten wenn ich sogar die geilste waffe noch so ein riesen viel ok 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 leute immer mit der ruhe immer mit der ruhe dafür ob ich umso mehr wo kommst du denn auf einmal her oh weia 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 hör mir auf leute hör mir auf übrigens cool danke nochmal dass ihr mir geschrieben habt dass ich tatsächlich recht hatte mit den waffen verbinden dass wir die nochmal aufladen können überholt mal schön bei dir ui 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 nein nein waa 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 Okay, das war mein einfacher Versuch, ob man da vielleicht Stealth durchkommt. Scheiße hier. Das macht mich total irre, dass die von der Seite kommen. Das ist die Position. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Und der steht immer noch. Scheiße, Scheiße. Ich weiß, ich bin gerade saurig, Leute. Aber guckt euch mal an, was hier abgeht. Habt ihr gesehen, da stand noch einer. Noch so ein Roboter. Panzerung brauchen wir. Das ist noch so ein ganz großer. Das ist noch so. Okay. Ich würde sagen, den haben wir. Wie die Scheißwaffe nicht haben, ey. Ich will nur die Panzerung haben. Wie viele haben wir getötet? Ganz wichtig jetzt. Enigma-Fragment. Das U-Boot ist in Position. Alles läuft nach Plan. London. Die Körpern, die deformierten Organen und ihrer unterlegenen Wahrnehmung. Ich weiß. Ich habe lecker geschnitten und nachgesehen. Ich weiß. 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 Wie es aber hier weitergeht, wo dieser Aufzug hinführt, das seht ihr alles in der nächsten Folge von Wolfenstein The New Order. Bis dahin. Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin.